Das Tragen von Schutzbrillen ist nach wie vor eines der am meisten diskutierten Themenkomplexe rund um das System Reinraumbekleidung. Durch die Vorgaben im neuen Annex I führt aber bei einigen Reinraumanwendungen kein Weg mehr daran vorbei. Die klassischen reinraumtauglichen Schutzbrillen, wie sie aktuell angeboten werden, lassen sich oftmals nur sehr schwer anziehen. Gerade wenn die elastischen Bänder nicht passen und der Träger diese nochmals verstellen muss, erhöht sich die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Gleiches gilt, wenn die Hauben sich beim Anlegen der Brillen verschieben und der Träger sowohl Haube als auch Brille wiederholt anfassen muss. Mit dem Austauschen der elastischen Bänder durch textile Bänder konnte schon eine Verbesserung im Ankleideprozedere erreicht werden. Sowohl die Version mit einem Band und Schnalle als auch die mit Bändern zum Binden ermöglicht es den Trägern, einfachst die Schutzbrillen dem eigenen Kopfumfang anzupassen. Ohne unangenehme Druckstellen. Aber auch hier passiert es oft, dass noch offene Hautstellen nach dem Anlegen der Brille zu sehen sind. Aus diesen Erfahrungen und dem Feedback vieler Träger entwickelte Dastex nun eine Kombination aus Schutzbrille und Haube, die es für die Träger nochmals leichter macht, diese korrekt anzulegen. Mit nur zwei Klicks und dem Ziehen an den beiden seitlichen Feststellbändern sitzt die Brille problemlos und deckt auch, je nach Haube, ohne Nachjustieren, alle kritischen Bereiche einwandfrei ab. Die Neuentwicklung ist so flexibel, dass sich fast jede aktuell am Markt verfügbare Brille mit allen erdenklichen Haubenmodellen kombinieren lässt. In vielen Fällen bedarf es einer kleinen Anpassung der Haube und schon passt es. Aus Betreibersicht ein großer Vorteil, denn aufwendige Neuvalidierungen sind in den meisten Fällen nicht notwendig. Auch für Brillenträger gibt es Lösungsvorschläge. Hier spielt aber die Größe und Form der Schutzbrille eine maßgebliche Rolle. Zusammenfassend bleibt festzuhalten. Die Ankleideprozedur wird durch dieses innovative Konzept vereinfacht, beschleunigt und gleichzeitig profitieren Träger und Betreiber von der Hauben-Brillenkombination. Der Tragekomfort verbessert sich deutlich und die Gefahr von Kreuzkontamination wird signifikant reduziert. Die hohe Anpassungsfähigkeit, also die Flexibilität annähernd jede Schutzbrille mit jeder Haubenform zu kombinieren, ist eine weitere hervorzuhebende Besonderheit. Die Anpassungsfähigkeit, also die Verkaufung der 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 Verk